so also konstruktor so wenn der ach so genau der muss ja erst mal stangen machen er braucht 15 und macht 15 das heißt dafür brauche ich schon schon sechs okay ist hier noch ein sechs dazwischen ja gerade so so stangen 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 gut jetzt brauche ich dann wieder ein splitter hatte mal 30 60 90 15 30 ja gut das passt aber wie war da mal wie sieht das denn aus wenn ich jetzt schrauben machen möchte dann brauche ich 10 und mache 40 okay war da mal ein splitter hier so dann brauche ich dort einen dort einen und dort einen denn ich möchte ja dass das gut aufgeteilt wird also ne die die förderbänder jetzt die sind nicht die sind nicht groß genug um diese ganzen mengen da zu transportieren das weiß ich aber wenn ich das ersetzt habe dann kommen jetzt hier also sagen wir mal 90 an werden dann aufgeteilt in 30 60 90 jetzt fehlen die platten ich gehe kaputt produziere ich hier oben zufällig platten nein hier sind es auch wieder nur schrauben schrauben without an end aber halb so wild denn hier ist direkt mein lager hier kriege ich platten her kann ja schon mal anfangen zu bohren da so ach nee platten gut gut ach genau hier sind wir stehen geblieben so also und da wird alles zurecht geschmolzen habe ich das schon eingestellt dass das alles eisen ist ja so und diese werden dann hier aufgeteilt schön gleichmäßig und dann werden hier stangen gemacht hier werden auch stangen gemacht so und jetzt ist das so dass sie jedes mal 15 stangen rauskommen aber ich brauche nur zehn das heißt 15 15 20 das heißt erstmal ich brauche noch mehr noch mehr konstruktoren und zwar dann wenn ich jetzt hier hier kommen 15 15 raus und da kommen 15 raus das heißt zwei von diesen konstruktoren können drei weitere konstruktoren befüttern um schrauben zu machen also brauche ich drei sechs neun konstruktoren so und dafür fehlt mir kabel und ein paar verstärkte eisenplatten das hole ich mal eben wobei wobei ähm kabel habe ich ja hier theoretisch so danke so kabel haben wir jetzt fehlen noch verstärkte eisenplatten jay knarzt so mal gucken vielleicht vielleicht habe ich ja glück aha habe ich so draht also hier platten und so habe ich genug hui 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 so jetzt fehlt hier natürlich noch jetzt fehlt hier natürlich noch strom kann ich hier irgendwo noch ja hier kann ich noch mal einen abzwacken sehr gut und da auch also eins zwei den stelle ich nach da ja so so okay die machen gleich stangen so und jetzt brauche ich ja noch weitere konstruktoren ich habe jetzt gesagt drei für zwei ne drei sechs ne ich brauche noch neun konstruktoren habe ich mir ja dort auch markiert so 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 so